Hallo liebe Freunde, heute geht es darum, dass wir mit einer Fortnite-Spielerin namens Nina Sunshed ein Rennen machen werden. Dies ist quasi ein Stream-Ausschnitt, also wenn ihr nächstes Mal auch im Stream dabei sein wollt, dann lasst wie immer ein Abo da und macht natürlich die Glocke aktiv. Zudem wird wie immer ein Kommentar vorgelesen und diesmal ist es Sioksh, ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen, ansonsten verbessere mich mein Bester. Er schreibt, Du bist mein Lieblings-Youtuber. Vielen Dank auf jeden Fall auch für deinen Kommentar, auch an alle, die immer fleißig Kommentare schreiben. Ich würde mich wirklich immens freuen, wenn ihr immer Feedback hinterlasst und auch immer bewertet. Außerdem, wer natürlich in den Videos nächstes Mal erscheinen will, kann das natürlich auch ebenfalls schreiben. Ansonsten beginnen wir mit dem Video. Das ist übrigens mein erstes Autorennen, ich habe das noch nie gemacht. Das ist meine erste Erfahrung, ich weiß nichts. Warte kurz. Bleib stehen, bleib stehen. Wollen wir ja vom Start? Oh, ich bin falsch eingestiegen, Moment. Wollen wir vom Start anfangen oder hier anfangen? Ich würde sagen, hier, also hier, warte. Boah, ist das so umständlich. Oh, lol. Sorry. Warte, 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 du wirst auf einer Linie sein. Ah ja, moin. Augensteuer. Hahaha. 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 Oh, du, ey, du hast echt Humor, ey, ungelogen. Okay, eine Runde, okay, in drei, ah, warte, stopp, 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 stopp. Ähm, wenn die, wenn, wenn die, wenn die Zone donkt, ne? Ach nee, das schaffen wir sogar, das schaffen wir sogar, das ist gar nicht so weit, wir haben ja beide das Auto. Dann fahren wir direkt außerhalb der Zone hierhin. Okay? Okay. Okay, in drei, zwei, eins, los. Ja, du hast abgehakt. Ich warte, ich warte. Ah. Loll. Gibt es auch Nitro eigentlich? Oh, scheiße. Ich mache das zum ersten Mal, ohne Spaß jetzt. Wuh. Du, ich glaube, du hast noch so einen Powerslide, ne? Augensteuer, aufpassen. Hörst du? Gleich geht alles kaputt. Ich glaube, es gibt noch so Nitro oder so. Ja. Ah, scheiße, ich sag doch Augensteuer. Ich warte. Er hält an. Guck mal, das wäre eine Runde, glaube ich. Ach, guck mal. Das leuchtet sogar. Ja. Guck mal eine Leertaste. Wenn man stehen bleibt, wird sogar die Side angezeigt. Voll gut. Wow. Wie schafft mir das? 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 Oh Gott. Was machst du? Ja, moin. Nein. Ich verliere. Oh Gott. Nein, ey. Ich wollte die ganze Zeit gucken, ob ich so Nitro habe oder so. Wie bei... Wie bei... Ey, das ist jetzt ärgerlich. Wie bei Need for Speed oder so. Oh, lol. Hast du gerade wieder einen Unfall hier gemacht? Ich sehe hier die Spuren, ne? Von deinem Eifel. Ich gewinne! Nein. Versuch mal zu parken. Ja, mach ich jetzt. Was? Warte. Das wird episch jetzt. Pass auf. Scheiße. Perfekt. Easy. Okay. Schreib mal alle GG Nina bitte in den Chat. Ah, lol. Geil, ey. Okay, zurück. Doch, mach mal keine Rebank. Let's go. Wuhu. Jawoll. Das war so gut. Perfekt. Hat das Auto eigentlich lebt? Ich pack mich hier durchgelegen. Ja, genau. Steig ein. Kann man hier durch? Komm, wir fahren den Zaun weg. Wir könnten eigentlich hier noch looten, oder? Warte mal kurz. Du fährst, du fährst, du fährst. Steig ein. Ich fahr. Ja. Kannst gut fahren. Let's go. Du hast auch gerade gewonnen, deswegen. Easy. Hör auf zu lachen. Einfach über den Berg, weißt du? Über den Berg, statt die Straße zu nehmen. Ich kenne keine Straße. Ja, ja. Frau, umsteuern. Was? Wir haben 15.200 Punkte bekommen für den Stunt. Ja, nein. Okay. Aussteigen weiter. Oh, ja. Das ist sogar eine Kiste. Okay. We connaissern. Ciao. The rest is just da. I don't understand. Oh, ja. Le я in. Oh, ich kenneche zwei, ich kenneche zwei. Gee weしょ.